ja hallo mein name ist andreas fritz und heute spielen wir eine weitere runde offroad trading company aber zuvor erstmal was cooles ich habe meinen ersten abonnenten also wer auch immer du bist du bist der beste so und dann geht es weiter mit unserer mission die wir letztens angefangen haben sowas was reden wir jetzt immer das geocraftwerk und den rest behalten wo gehen wir hin nirgendwo und jetzt bin ich das will ich auch das ist also meine Farbe, das habe ich schon eingenommen okay die weise na gut um mit morgen auch keine sinken ich bin schon und zu wenig Geld okay noch mal die starten müssen sooo gut dann fang wir mal mit dir so so da ein so so jetzt müssen wir mal irgendwo Wasser sein na was ist das ja boh Wasser boh ja so dann Essen das da wo wir noch eine hier finden so so hey guys so Upgrade Hand in on issue so we 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 fangen an ressourcen abzubauen aluminium und stahl we 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 Und ... 4.000 ... 4.000 Euro ein bisschen ... Wir kaufen mal das Wasser. Yay! Domination! Das Aluminium. Nee. Nee. Egal. Eine dort. Eine so. Und ein Stahlwerk. Hier bekommen wir das. Hier hin. Dann noch ein bisschen essen. Zack. Und dann ... Sollte ... Eigentlich ... Eisen hab ich doch gebaut. So. Gut. Dann noch ... 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 So gleich haben wir es, gleich können wir's bauen ... und wir können verdammt ist ja schnell das das und dann bauen wir noch ein wasser Ding Stromproblem gelöst und 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 Oh, Wasser geht hoch. Ausgezeichnis nicht. So, dann kommen wir gleich mal meins zurück. Und dann... machen wir ein Upgrade. Aha, dank meiner Geo-Kraftwerke bin ich der einzige wahrscheinlich der Stromproduktion. Und der Preis geht in der Nacht hoch. Und ich verdiene mehr. Immer mehr. Rebautic Colony expanded. Was? Nein. Gib weg. So. So. Ah, passt. So. Davon verkaufen wir noch welche. Wir graden. Ab. Dann machen wir mal zwei hier hin. Dann Glasproduktion. Die kommt da hin. Machen wir hier noch den da hin. Die expanden. Und den da hin. Dann verdienen wir einfach mal einen Haufen Geld. Dann 해도 die zweite. So. Großartig. Hm, meine Minium geht weniger. Wo ist denn wir denn hier? So, und dann kaufen wir den hier gleich noch. So? So? Let's this be a lesson to you all, screw with us, and we screw with you. Tja. Leg dich nicht mit denen an. So? 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 Ja. So? 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 Zimikalen kann man nicht. Kapolen. Zwei Kapolen. Und dann noch den. Der müsste ich hier. Wunderbar. Gut, jetzt brauchen wir wieviel? 104.000 um den aufzukaufen. Ah, gut, das war nicht ich. Ah, was habe ich schon gemacht? Und jetzt heißt es warten. Harten bis ich 112.000 verdient habe. So, ein bisschen mehr verkaufen. Oh, wir ziehen aber ja haugenweise. So, gucken wir mal die ganzen Preise runter. Und dann bist du der Erste, den ich übernehme. So. So. Oh, klar. Hm, 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 hm. Chemikal, den kann ich noch nicht. Sauerstoff. Ausgezeichnet. So. 112. Nein, was? Warum? Ah. Ein bisschen Eisen noch. Ich bin nicht viel. So. Übernommen. Was? Nein, geht weg. So. Nein, geht weg. Nein, geht weg. So. Dueiß. Du. Ja, geht weg. Ich bin nicht mehr. Nein! Tja, schon habe ich meine erste Mission verloren. Meine Firma wurde aufgekauft, aber dafür kriege ich 3 Milliarden Dollar. Verdammt. Gut, dann! Weiter geht's. Um, lass mal hier. Ich brauche hier einmal, was ist das? Da brauche ich den. Und was kann der? Ne, was kann der? Die Alpha Espionage Company. Oh, Dynamite. Das gehört bei der Mule. Was kann man denn noch wählen? Ah ja. So, dann. Was nehmen wir mit? 83. Da, da. Nehmen wir unseren Reaktor Upgrade. Oder das Essen. Nehmen wir mal das Essen. Und das Wasser. Trockenheit habe ich noch nie gesehen von der, dass wir das machen. So. Hoffentlich wird die jetzt besser. Oh nein, so viele. Millen. Highlands und Lowlands und Highlands und Iron. So, Ah... Jutern... D-Pokmai... Yen So, schauen wir mal, ob das besser wird. So, schauen wir mal, ob das besser wird. Dann Geothermie. Da innen. Jetzt schon? Dann gucken wir das doch auch gleich. So, alles vor euch geht. Oh, ich habe mich jetzt nicht übernommen. Bitte, 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 nein. Jetzt gehen wir schon irgendwie hin. Oh, wie lange braucht denn mein Kraftwerk? Wunderbar. Wunderbar. Ähm, essen. 2480, das lohnt noch nicht. Ich brauche was zu essen. Oh, das wird weg. Ich weiß nicht. 460. Ach man, hätte ich das noch mal nicht gemacht. Alter, können die mal aufschauen? Elende Piraten. Schauen wir uns einfach mal unsere Stadt an. Dreh, ne. 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000. Er soll doch machen. So. Minus 50% aufgrund eines Schneesturms. Äh, Staubsturm. 2,0-2,0-2,0-2,0-1,0-3,0-2,0-2,0. Klaarre 7,0-2,0-1,0. ECK Uber 6,0-2,0-3,0-2,0-2,0-0. Ja, das Ding kann ich jetzt auch bauen. Steigt die Preise, steigt. Oh nein, gleich geht das auch hoch. Mist, kann ich irgendwie Kredite aufmachen? Nein, machen wir das mal so, dann machen wir einen weiteren hier, den da, den da und dann brauchen wir Aluminium. Direkt vor der Tür, ein Stahlwerk, dann brauchen wir Wasser. Und... Wahrscheinlich geht das vor die Promos. Ja, das kann man nicht leisten. So! Nein! Aluminium und Stahl. Verdammter Staubsturm. Ja, das kann man nicht leisten. Ja, das kann man nicht leisten. Ja, das kann man nicht leisten. Warum gibt's denn noch einen zweiten? Ja, das kann man nicht leisten. Nein! 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 Was brauchen wir hier? Glas brauchen wir als nächstes. Oh, der hier unten wäre geil. Juhu! Hm, bringt uns nichts. So, jetzt wird's dunkel und dann verlege ich wieder Strom und Geld. Wow, da müssen wir mal ran drehen. So, dann essen. Glas, dann lassen wir sie hinbeziehen. Der gewählt nicht mehr viel. Eins. Zwei. Sauerstoff. Sauerstoff, Sauerstoff, Sauerstoff. Kommt da hin. Let this be a lesson to you all. Screw with us. And we screw with you. Und dann bauen wir noch ein Stromteil. Scientific colony expanded. So. Weites Glas Ding. Kost ja nischt. Gibt uns noch einen kleinen Bonus. Stahl brauchen wir noch ein bisschen. Stahl brauchen wir noch ein bisschen. Essen passt soweit. Pass, 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 pass. Gott, machen die unten ein Rombatsamba. Nee, nee, nee. Immer diese Gewalt. Sauerstoff ist teuer. Wir kommen. Ähm, wir kommen. Teil von dem. Und... Green up. Das... Das... ... ... die ich weiß wenn ich Willings-Apoort großartig Pro-Mail-Nova das das Das... Kann man noch einsparen? Nope. So. Strom verbraucht. Strom verbraucht. Nighty-night. So. So. Chime. Blaston. Revolted colony expanded. So. Brain. Yeah, yeah. Ah, I can get it. So. Mal schauen mal wie viel wir jetzt hier auskuchen. 200% Bonus. Das sollte reichen. Scientific colony expanded. Motor chaos sind. Es gibt es nicht. Doch da. Carbon 1. Carbon 2. Und ... Ich brauche den noch, und das ist ein Chemielabor noch. Ich brauche das wenigstens Geld. Nein, der noch weniger. Ich brauche das nicht. Ich brauche das nicht. Ich brauche das nicht. So, den hier unten will ich, weil der hat Forschungslabore. Und dann kann ich coolen Mist erforschen. So, Wasser kann man nicht mehr verkaufen, das ist wichtig. Oh Gott, bin ich aber auch wie Sand am Meer. Ah, Silikonpreise gehen hoch. Ich brauche mehr Wasser. So, Stahl brauchen wir auch nicht mehr. So. Wieso geht der Wasserpreis runter? Da. Dann gehen wir auch. Das sind alles praktisch. sie 20.000 20.000 21.000 21.000 22.000 Oh, gut. Oh Gott, ist der Preis hoch. Schnell wird jeder Tag. Noch zwei. Ach, verdammt. Oh, kann der mal aufhören? So, jetzt müssen wir irgendwie 17.000 zusammenkreisen. Ja, kein Wasserproblem mehr. Penner. So, auch bei Silikon. Du, 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 du. Hab ich schon. So, wieso habe ich so viel? 9.000. 10.000. 12.000. So, dann fliegen wir mal das hier weg. 20.000. Und 69.000. Wunderbar. Dann sollten meine Energieprobleme oder meine Guildprobleme auch weg sein. Wo ist es denn überhaupt? Da ist es. Schauen wir uns doch einfach mal an. 2.000. 3.000. 2.000. 2.000. 3.000. 3.000. 4.000. 4.000. 3.000. 2.000. die 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 Luque zu Und weg ist sie. Und schon gehen wir Haufen Geld rein. So, dafür kaufen wir den. Den. Jetzt müssen wir warten. Ah, Mann, das reicht schon wieder nicht mit dem Wasser. Was, wie sehr? Ich weiß nicht, habe ich hier noch. 4.000. 16.000. Ja, wenn man sich... Boah, das kann ich wieder auf dem Schuldmännchen kaufen. So! Total Billion, knapp 2 Millionen. Na, das lohnt sich doch. Was ist das denn? So, wir brauchen mal von dem wieder ein paar. Und bald müsste doch meine Rakete wieder zurück sein. 2.000. 220.000. Und... Offworld shipment launched. Look at all the money. 96 Weißt du was? Ich muss warten Was habe ich jetzt? Ah Was ist das Problem? Your stock is being bought No, ich weiß Da können wir noch ein paar Da können wir noch Nichts auf hier So 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 Ihr Stock ist being bought. Look at all the money. Neue Land is available for auction. Bidding will begin at. So, Freund Blase. So sieht's aus. Ah, sieht super aus. Dann, Essensproduktion, verbessern. Siliziumsproduktion, verbessern. Oh, wehe, wehe, wehe. Alter, wieso kannst du dir das leisten, du Knaller? Ah. Verdammt. Naja. Was ist denn mal hier? The pleasure, du. Na gut, ähm, dann war's das erstmal wieder für heute mit, ähm, Offworld Trading Company. Diesmal war's nicht so erfolgreich wie die letzten beide Male, oder das letzte Mal. Aber, macht schon eine Menge Spaß. Na gut, dann, ähm, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Musik ا Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020